So, letzter Tag Leute, gibt noch einen kleinen schönen Vlog. Ja, und dann würde ich mal sagen, Viechbarast. 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 Alles mit Käse, alles dabei. Hier, ja. Tyler hat noch einen Ball bekommen und auch was zu essen. Wie schön am Wasser noch sitzen. Ein Ball, der Wasserball. Ein Wasserball, ja, mit den Hunden, ja. Ja. Und ich glaube, ich muss hier mal die Nase putzen. So, und sind wir heute nochmal mit dem kleinen hier schönen Dschungel drin. Hier ist ein schöner Wasserfall. Da kann man nicht rein. Oh. Und da drin ist alles las. Ja. Ja. Ich glaube, da kann man nicht rein, oder? Nee. Nee. Okay. Ich glaube, das ist nur eine Wasserleit. Okay. Ich glaube, damit passiert immer einer, wenn es kaputt ist. Ja? Ja. Ich glaube ich. Ich bin da. Kann jemand da unten warten? Kann jemand da unten warten? Kann man da unten warten? Die biegue as Einer muss unten zu sein. Ja. Ich kann sie nicht. Ist sie da hoch? Ja. Ja. So klettern wollen wir mal durch, aber da kann ich leider nicht sehen, oder? Soll ich sagen, klettern wollen wir mal runter, ja. Aber ich gehe vor, warte. Ist ja gar nicht eng hier, ja. Ist ja gar nicht eng? Überhaupt nicht eng. Kommst du? Ja. 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 Da ist ein Loch. Ja, warte. Ich muss als erstes hier runter. Ja, ich erste Kuh gegangen. Boah. Soll ich ihn da rufen? Nee. Da fehlt schon. Hey. Und da kommt der Tyler. Ja. Ja, warte. Ich mache jetzt die Kamera raus und dann selbst hier. Ich komm. Erstmal durch hier, wa? Wie die, keine Ahnung, Schimpansen, Affen. Ich weiß nicht. Nee. Schön steil da runter, ja. Ja. Ist ja auch gut, ne? Hier fragst du mich grad hier, warum die Hose nass wird. Hier sind ja alles echt Pflanzen drin. Und die sind ja am Bewässern, ja. Ist echt gut, ja. So. Ich klettere jetzt mit dem Kleinen hier hoch. So filmen ist dann ein bisschen schwierig. Ich mache den Fritzel. Ja. Ich bin da auch klein genug für Tyler. Das geht echt gut. Und ich bin Opa heute. Man kann sich auch... Ja. Ja, geh weiter. Ich mache ein Video. Sag mal Hallo. 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 So, da war's dann fast vorm Video. Ich zeig noch ein paar Szenen. Mach ich ein bisschen Mucke drunter. Von der Rückfahrt. Und jetzt hier noch im Park ein bisschen. Oh, da kann man mal mitgehen, ne? Ja, moin. Ich zeig euch einfach noch ein paar Szenen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich wollte euch mal sagen, haut rein, Leute. Wir sind einfach auch so im acabar. Ciao. 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 Ciao.